Was postest du denn jetzt im Moment in deinem Blog? Ja, viel Neues gibt es momentan nicht. Ich war ja jetzt im Urlaub das letzte Mal vor zwei, drei Monaten. Das ist so das Letzte, was ich so posten konnte. Und jetzt habe ich mir eine neue Kamera geholt und hoffe, dass ich jetzt so ein bisschen mehr machen kann. Ist zum Beispiel auch in deinem Internetforum, ist da zum Beispiel auch das Thema, jetzt kommt ja Weihnachten, ist Gott ein Thema? Bei mir ab und zu. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jeden Tag Leuten jetzt von Gott erzähle oder auch etwas über Gott poste. Ich sehe das ja auch oft bei anderen. Das finde ich auch mal ganz schön, das so zu sehen und auch ermutigend, dass es dann ja auch noch Leute gibt, die dann so offen und ehrlich darüber sprechen. Bei mir hängt es immer noch davon ab, wie meine Lust und Laune gerade ist. Und was erwartest du jetzt zum Weihnachtsfest oder generell? Worauf ich warte ist auf jeden Fall auch meine Berufung. Also dass Gott mir so meinen Weg zeigt, dass ich herausfinde, wo ich hingehen soll, was meine Aufgabe ist, weil ich momentan in verschiedenen Bereichen aktiv bin und auch noch nicht so genau weiß, was wirklich konkret meine Aufgabe ist. Das heißt, du bist noch eine Suchende, so wie ich das mitkriege oder verstehe. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dir eine bisschen Zeit genommen hast, mit mir zu plaudern. Ja, super, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ja, wünsche ich dir auch. Tschüss. Schönen Spaziergang. Danke. Tschüss. Und? Worauf warten Sie?